So, ich habe ja gewusst, irgendwann erwischt es mich auch einmal. Danke für die Nominierung zur Eispacket-Challenge an Christoph, du bist nicht mehr mein Freund Schrantz. Habe mittlerweile schon 100 Euro gespendet an den Steirischen Muskelerkrankungsverein, werde aber natürlich auch mir die Eiswürfel noch über den Kopf schütten, vorher hier noch meine Nominierungen. Ich nominiere meine allerliebste Freundin Kerstin Schiffkowitz. Wegen ihrer Ignoranz gegenüber Butzpenzer und Terence Hill filmen. Meine Kollegin Ingrid Fuhrmann, weil in ihrem fortgeschrittenen Alltag kaltes Wasser belebt. Und jemanden, der es bereits gewohnt ist, nass gemacht zu werden, und zwar den Wetterfrosch Wolfgang Unger. Prost! Bis zum Tempo des Tisikon!